Sie brauchen einen Business- und Finanzplan? Befinden Sie sich in einer wirtschaftlichen Schieflage oder möchten Ihre Unternehmensnachfolge vorbereiten? Dann registrieren Sie sich kostenlos in der Unternehmenswerkstatt. Und schon können Sie loslegen. Nachdem Sie sich angemeldet haben, können Sie direkt mit Ihrem ersten Projekt starten. Allein oder im Team. Im Gründungsprojekt erhalten Sie unter anderem einen webbasierten Business- und Finanzplan sowie Leitfäden und Hilfstexte zur Unterstützung. Für Ihre Unternehmenssicherung können Sie zur ersten Standortbestimmung unser Krisenthermometer sowie unsere Liquiditätsübersicht nutzen. Profitieren Sie außerdem von unserer umfangreichen Werkzeugbox mit hilfreichen Artikeln und unserem Notfallhandbuch für Unternehmen. Im Nachfolgeprojekt werden Sie bei Ihrer Unternehmensübergabe unterstützt. Einschließlich eines Unternehmenswertrechners zur Ermittlung eines möglichen Verkaufspreises. Unserem Nachfolgecanvas zur Planung Ihres Übergabeprozesses. Und einigen Musterverträgen, wie zum Beispiel einem Kaufvertrag oder einer Verschwiegenheitserklärung. Ihnen stehen durchgehend erfahrene regionale Expertinnen und Experten kostenlos und persönlich zur Verfügung, die Sie individuell mit fachlichem Know-how unterstützen. Entdecken Sie weitere Vorteile der Unternehmenswerkstatt. Registrieren Sie sich jetzt. Kostenlos, sicher und vertraulich.